Wozu benötigt man eine Gehrungssäge und wie funktioniert sie? Eine sogenannte Gehrung bezeichnet eine Eckverbindung. Wie Sie zum Beispiel bei einem Bilderrahmen zu sehen ist, die jeweiligen Enden werden in einem 45 Grad Winkel abgeschnitten. Setzt man nun zwei Kanten aneinander entsteht ein 90 Grad Winkel. Diese Art der Eckverbindung ist nicht nur optisch die bessere Variante. Sondern trägt zu einer massiveren Stabilität bei. Was ist der Unterschied zwischen Kappsäge und Gehrungssäge? Der Begriff Kappen bedeutet so viel wie kürzen. Also das Abschneiden eines Stück Holzes. Die Gehrung an sich ist der 90 Grad Winkel. Der entsteht, wenn zwei Teile im 45 Grad Winkel aneinander gesetzt werden. Was kostet eine Gehrungssäge? Je nach Bedürfnissen und Gebrauch gibt es eine riesige Auswahl an verschiedenen Geräten. Diese reicht von Manu-N-Sägehilfen um 5 Euro bis hin zu industriellen Profimaschinen um 1500 Euro. Wo kann ich eine Gehrungssäge kaufen? Da Herr Kappsägen selbst in einer Hobbywerkstatt nicht wegzudenken sind, kannst du in jedem handelsüblichen Heimwerkerladen eine Gehrungssäge kaufen. Im nächsten Obi, Hornbach, Hagebau, Bauhaus oder ähnlichem solltest du gut beraten sein. Auch Supermärkte wie Lidl und Aldi haben manchmal gute Deals auf Kapp und Gehrungssägen. Kann man eine Gehrungssäge auch mieten? Manche große Handwerkläden bieten eine Miet-Service an, um den Kunden zu ermöglichen, große Geräte zu verwenden, ohne diese kaufen zu müssen. Obi bietet zum Beispiel eine Profi-Gehrungssäge an. Der Tagestarif beträgt rund 40 Euro und der Wochentarif in etwa 100 Euro. Welche Sicherheitsmaßnahmen muss ich beachten? In erster Linie solltest du dir unbedingt die Sicherheitsvorschriften des Herstellers ansehen. Denn jede Säge ist anders zu bedienen. Trotzdem gibt es einige allgemeine Tipps, die wir dir kurz zusammenfassen wollen. Worin liegen die Vorteile einer Gehrungssäge? Eine reine Gehrungssäge ist im Normalfall nicht elektronisch, sondern händisch. Aus diesem Grund ist diese eher für den seltenen Hobbygebrauch gedacht. Denn Arbeiten verlangen an dieser Säge sehr viel Kraftaufwand. Oder aber auch für ein sehr geringes Budget. Da es diesen Typ der Säge äußerst billig zu erwerben gibt. Welche Vorteile bringt eine Zugkapp- und Gehrungssäge mit sich? Diese Art der Säge ist im Prinzip eine Kapp- und Gehrungssäge. Aber mit Zugfunktion. Dieses Feature erlaubt eine größere Schnittbreite. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kapp-Maschinen, welche bloß auf- und abbewegt werden können, erlaubt die Zugfunktion, die Säge auch nach vorne und nach hinten zu schieben. Wofür wird die Metallkapp-Säge verwendet? Wie der Name bereits vermuten lässt, ist diese eine Kreissäge. Womit auch harte Materialien wie Metall und Eisen gesägt werden können. Viele herkömmliche Elektrosägen haben die Möglichkeit, ein Metallsägeblatt einzusetzen, welches auch diesen Geräten erlaubt. Metall zu schneiden, kann man eine Gehrung auch händisch machen. Je nach Gebrauch ist es natürlich möglich mit oder ohne Hilfsmittel eine Gehrung zu erzeugen. Für den täglichen Gebrauch ist es unausweichlich, eine ordentliche Säge zu kaufen. Solltest du allerdings bloß ein paar Schnitte benötigen, hast du zwei Möglichkeiten. Wie laut ist eine Kapp-Säge? So wie jede Säge bringt auch die Kapp- und Gehrungssäge einen gewissen Lärmpegel mit sich. Elektronische Geräte sind herkömmlich sehr laut und würden definitiv die Sonntags- oder Nachtruhe stören. Eine manuelle Maschine ist hingegen sehr geräuscharmes Jöl.